Die Sanitärbranche ist auch der Lösungsanbieter für die Planung und Ausführung von Bädern, die eine häusliche Pflege ermöglichen. Hier engagiert sich der ZVSAK angesichts des demografischen Wandels schon länger mit Verbänden und Dienstleistern, die in der Pflege und Betreuung tätig sind. Das Ziel, praxisnahe Badlösungen zu diskutieren und zu erarbeiten. Jetzt geht der ZVSAK gemeinsam mit Großhandel und Herstellern den nächsten Schritt. Mit entsprechend gestalteten und ausgestatteten Kojen in Ausstellungen kann das Fachhandwerk ab sofort gemeinsam mit den Beratern des Großhandels den Kunden die Anforderungen an solche Bäder anschaulich erklären. Ein Pilot zu einer Präsentation pflegerechter Bäder ist gerade in Friedberg in der Ausstellung der Franz Silberhorn KG fertiggestellt worden. SAK-TV war für Sie vor Ort. Dort haben wir mit dem Gastgeber und den Initiatoren gesprochen. Erste Frage an Wolfgang Hoffmann aus der Geschäftsleitung der Franz Silberhorn KG. Wie kam es denn zu der Fläche pflegegerechtes Bad und warum ist das ein Thema für die Ausstellung? Ja, der Anstoß kam vom ZVSAK und zwar mit dem Hinweis auf die Studie eines pflegegerechten Bades in einer älter werdenden Gesellschaft. Damit stießen die Kollegen bei uns sehr schnell in der Gruppe auf offene Ohren. Wir beschäftigen uns in Form von Kommissionsarbeit sehr intensiv mit innovativen Lösungen für Bäder im gewerblich öffentlichen Bereich oder mit grenzenlosen Bädern. Und mit der Ausstellung hier in Friedberg bieten wir dem Fachhandwerk eine Beratungsbühne, wo wir das Thema pflegegerechtes Bad wirklich in den Fokus rücken können. Und mit der Integration in vier Leuchtturmausstellungen bringen wir das Thema als Kooperationspartner in die Regionen und liefern gemeinsam mit dem ZVSAK Lösungen für ein echtes Zukunftsthema. Um möglichst lange zu Hause leben zu können, spielt ein pflegegerechtes Bad schließlich eine entscheidende Rolle. Pflegekräfte können damit in den Wohnungen auf kleinem Raum großartig arbeiten und wir ermöglichen Bewohnern gemeinsam Lebensqualität bis ins hohe Alter. Wie gehört, der ZVSAK ist mit im Boot daher die Frage an den Präsidenten Michael Hilpert. Warum ist es wichtig, dass sich das SAK-Fachhandwerk beim Thema pflegegerechtes Bad engagiert? Ja, zunächst sind 4,3 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Dann davon sind schon alleine 3,3 Millionen in der häuslichen Pflege. Also das heißt, entweder ist eine Pflegekraft als Arbeitsplatz vorhanden oder es sind Familienangehörige, die die Pflege ausführen müssen. Und ja, das ist ein Riesenthema. Und wir gehen in den nächsten Jahren davon aus, dass es zwischen 9 und 10 Millionen Menschen sind, die auf Hilfe angewiesen sind. Also kann man das Thema gar nicht totschweigen, beziehungsweise muss sich der ZVSAK genau um diese Geschichte kümmern. Und es gilt ja Grundsatz, ja, ambulant vor stationär. Wir können uns das gesellschaftlich gar nicht leisten, dass diese Menschen, die bedürftig sind oder pflegebedürftig sind, dass die eventuell in Krankenhäuser oder in Altenheimen gepflegt werden. Das schaffen wir finanziell nicht in unserer Volkswirtschaft und natürlich auch nicht von den Kapazitäten. Wie ist denn die aktuelle Situation aus Sicht des Fachhandwerks bei diesem Thema? Also das SAK-Handwerk hat 2021 1,2 Millionen Bäder umgebaut. Davon sind 40 Prozent alleine barrierefrei gewesen, beziehungsweise haben einen barrierefreien Zuschuss erhalten, die 4.000 Euro von der Pflegekasse. Oft ist ja die Größe des Badezimmers die Herausforderung, um eine Pflege überhaupt zu ermöglichen. Gibt die vom GKV-Spitzenverband geförderte Studie hier Hinweise? Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Also erstens einmal ist das Badezimmer in der Pflege auch ein Arbeitsplatz. Das heißt, dass ein Pflegedienst oder eventuell die Verwandtschaft mit Platz finden muss. Also es geht nicht nur um die Körperhygiene des zu Pflegenden, sondern auch um einen Arbeitsplatz. Dann muss man davon ausgehen, dass wir in Deutschland ja Bestandsgebäude haben. Also wir haben nicht den optimalen Grundriss, wo wir dann auch nach dem Pflegebad das Haus richten können, die Räumlichkeit haben, sondern wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Und dazu wurde diese Studie erstellt, ja, unter Beihilfe von den Architekten der Wohnungswirtschaft und uns, die die Kernkompetenz für das Badezimmer besitzen. Und dann hat man Schlauchbäder analysiert, man hat Gäste-WC-Anlagen analysiert und hat hier versucht, in Zusammenarbeit mit den Herstellern und eben mit dem Fachhandwerk, das Badezimmer so einzurichten, dass nicht nur die Körperhygiene vollzogen werden kann, sondern auch der Arbeitsplatz für das Pflegepersonal vorhanden ist. Wir wollen natürlich hiermit auch, sei es einmal, Richtlinien schaffen, ja, dass man sagen kann, genau die müssen mindestens vorhanden sein, dass dieser Arbeitsplatz sicher ist, dass die zu pflegende Person auch die Körperhygiene vollzogen werden kann. Und diese Standards müssen dann auch in die Pflegeversicherung wandern. Und gibt es konkrete Forderungen an die Politik, zum Beispiel, was die Fördersätze anbelangt? Und wie kann die Sanitärbranche das Thema den Kunden vermitteln? Natürlich. Erstens einmal, wenn Sie bedenken, dass diese 4.000 Euro, was es jetzt momentan gibt, ja nie ausreichen werden, um ein pflegegerechtes Bad zu installieren. Schon allein von den ganzen Gewerken, die hier anfallen. Und zum anderen natürlich diese Standards, dann auch diese Richtlinien, wo auch danach abgerechnet werden kann. Und danach, nach den Standards, kann man auch Weiterbildung betreiben. Das heißt, erstens einmal, das Fachhandwerk kann weitergebildet werden. Im Großhandel können die Verkäufer weitergebildet werden und danach geschult werden. Auch was Architekten etc., auch in der Wohnwirtschaft Personal vorhanden ist, muss ja auf diese Richtlinien auch geschult werden. Und das ist ein oberstes Ziel auch von uns für die Zukunft jetzt mit dem ersten Start-up, was wir jetzt gemacht haben, mit Silberhorn hier in Friedberg, ja, dass man das Ganze natürlich auch anfassen und anschauen kann. Wir sind jetzt in einem Hype, ja, wirtschaftlich von der Heizung. Aber die Zahlen habe ich gerade genannt, ja, die zu pflegenden Personen werden immer mehr, ja. Der Bedarf und der Markt ist in Zukunft mit Sicherheit da. Also muss man natürlich auch hier in der Ausstellung und durch diese Schulungsmaßnahmen des Fachhandwerks dafür begeistern, dass hier ein Zukunftsmarkt da ist, ja, und auch Bedarf da ist die nächsten Jahre. Von Sophie Held, der Ausstellungsleiterin in Friedberg, wollten wir wissen, wie wurden denn bisher die entsprechenden Kundenanfragen beantwortet? Normalerweise machen wir im ersten Schritt auf dieses Thema aufmerksam. Wir zeigen, welche Möglichkeiten sich schon jetzt bieten. Im Bereich der häuslichen Pflege und den entsprechenden Antworten unserer SHK-Branche sehen wir hier ein enormes Potenzial. Viele Menschen wissen noch gar nicht, was alles möglich ist. Was für eine Chance für die Innungen und Betriebe vor Ort mit uns als Partner. Ja, und ist diese Pilot-Co hier jetzt eine bessere Möglichkeit für eine bessere und zielführende Beratung? Ja, auf jeden Fall. Einfach, um sich die räumliche Situation und auch die damit einhergehenden Möglichkeiten den Kunden vor Augen zu führen, spielen unsere Ausstellungen hier eine ganz entscheidende Rolle. Hier können Fachhandwerker ihre Endkunden, aber auch Pflegedienste optimal beraten. Bei der Gestaltung der Koje haben wir uns an den Studien orientiert und auf kleinstem Raum, wie man hier sehen kann, optimale Lösungen entwickelt. Wir laden das Fachhandwerk bei uns in den Regionen sehr herzlich dazu ein, die Bühne zu nutzen, um seinen Kunden dieses Zukunftsthema näher zu bringen und die damit verbundenen Potenziale auszuschöpfen. Ganz nach dem Motto sehen, fühlen, testen, das gilt auch für unser Pflegebad. Matthias Thiel betreut unter anderem das Referat demografischer Wandel beim ZVSAK. Daher zuerst die Frage altersgerechtes Bad, barrierefreies Bad, pflegegerechtes Bad. Was sind da eigentlich die Unterschiede? Ja, da stellen Sie eine gute Frage. Ich möchte mal anfangen mit der Begrifflichkeit Barrierefreiheit. Die ist ja auch überall in aller Munde. Barrierefreiheit, dann gibt es auch noch behindertengerecht und viele andere Begrifflichkeiten. Letztendlich geht es darum, dass eine Person unabhängig vom Alter selbstbestimmt im Bad das nutzen kann, ob es ein Kind ist oder ob es ein Senior ist. Und der Anspruch besteht trotzdem noch darin, dass ich auch ein optisch schön designtes Bad habe zusätzlich und es nicht stigmatisierend wirkt. Also ohne fremde Hilfe, ich selbstbestimmt das Bad vollumfänglich, unabhängig von der körperlichen Einschränkung nutzen kann. Ja, und welche Wünsche an ein Bad für Menschen, die häusliche Pflege benötigen, haben denn die Beschäftigten in Pflegeberufen? Welche stehen weit oben auf der Liste? Wir haben mit Pflegekräften mehrere Workshops durchgeführt. Das war dann die qualitative Evaluation der Anforderungen und wir haben auch eine quantitative Untersuchung zu dem Thema gemacht, speziell mit Pflegekräften. Und besonders problematisch finden die Pflegekräfte die hohen Schwellen, die Stolperfallen im Bad. Da wünscht man sich eben eine Schwellenlosigkeit, sowohl in der Dusch, im Duschbereich als auch im Eingang, also im Badzugang. Das ist ein Problem und deswegen Bodenebene duschen sind zwingend notwendig. Und der Spritzschutz, wenn man einen Betroffenen wäscht und abduscht, damit nicht die Pflegekraft auch noch nass wird, weil wir haben festgestellt, dass besonders im Winter auch viele Erkältungskrankheiten von Seiten der Pflegekräfte entstehen. Und das kann man eben auch vermeiden, weil letztendlich das Badezimmer, und das hatten wir bisher noch nicht in den Fokus, der Arbeitsplatz der Pflegekraft ist. Jetzt gibt es ja beim Bau des pflegegerechten Bades auch Normen und Vorgaben zu beachten. Wo kann sich das Fachhandwerk informieren bzw. Schulungen erhalten? Wir haben 70 Normen und Leitlinien bundesweit und sogar europaweit recherchiert. Und es gibt das Thema Pflege, kommt nur rudimentär vor. Und wir sind gerade dabei, die DIN-Norm 1840 zu erweitern, damit auch die bauausführenden Unternehmen eine Leitfunktion in Anspruch nehmen können, auch Parameter für ein pflegegerechtes Bad. Und was wir tun ist, dass wir eine Schulung konzipiert haben aus unserer Studie heraus, die auch über die Landesverbände umgesetzt werden kann. Und wir haben eine Webseite kreiert, badkomfortfürgenerationen.de, wo die Betriebe sich Badplanungen zum pflegegerechten Bad runterladen können und direkt in der Handwerkspraxis nutzen können. Und welche Antworten gibt es für kleine Räume? Die Koje ist ja nicht sehr groß. Na, wir haben versucht in unserer Studie Bäder auf engstem Raum auch zu betrachten. Also diese Schlauchbäder 1,30 m x 3,50 m sind eine Herausforderung für die Pflege, weil ja zwei Personen im Bad sich befinden. Einmal die Betroffenen und die Pflegekräfte bzw. die pflegenden Angehörigen, die ja noch den größten Anteil ausmachen mit. Und da brauche ich ganz andere Herausforderungen. Und es gibt, wir möchten eben erreichen, dass es kein Mindestmaß gibt an der Raumgeometrie, sondern dass man wirklich auf kleinsten Raum pflegen kann. Wir haben uns auch mit den Gästetoiletten auseinandergesetzt, wo man eine Quadratmeterzahl hat von 1,6 Quadratmeter und das ist relativ klein. Und da haben wir auch Lösungsansätze geschaffen. Also ich würde Ihnen antworten, wir sollten keine Mindestmaße an Raumgeometrien setzen, obwohl natürlich durch die Raumenge irgendwann auch das Absurdum geführt wird, dass man auch nicht mehr pflegen kann. Letzte Frage an Wolfgang Hoffmann. Wie geht es nach der Pilotkoje in Friedberg nun mit dem Thema Pflegebad in der Ausstellung weiter? Mit den anfangs erwähnten vier Ausstellungen bilden wir das Thema in den Regionen ab und schauen genau, wie sich der Markt entwickelt. Angesichts der enormen Möglichkeiten kommen perspektivisch bestimmt weitere Standorte hinzu. Ja, soweit unsere Reportage zum wichtigen Thema Pflegebad. Wenn Sie mehr zur Pilotkoje und den Produkten der Industriepartner erfahren möchten, demnächst gibt es hier noch eine zweite Reportage. Matthias Thiel zeigt uns darin die Details der Pilotkoje. Und wir sehen uns morgen schon wieder zu Ihrem SHKT-Format. Bis dahin, Ihnen alles gut.